Musik Das 20. Fisch-Film-Festival hat am 27. April begonnen. Über 50 Filmschaffende und mehrere tausend Besucher aus Deutschland und dem Ostseeraum werden erwartet. Ich habe gerne die Schirmherrschaft über das Festival, weil es einfach wichtig ist, dass wir auch als Filmland Mecklenburg-Vorpommern den Nachwuchs unterstützen. Da ist unheimlich viel Kreativität drin und deswegen freue ich mich, dass es überhaupt so viel gibt, die mitmachen und bin ganz gespannt, heute das erste Mal hier dabei zu sein und mir selber so ein Bild zu machen. Das Programm des Fisch-Film-Festivals verspricht mehr als 60 Kurzfilme, Dokumentarfilme, Musikvideos und Spielfilme an vier Tagen. Wichtig sind vor allem die Medienkompetenz, aber auch die Filmförderung. Gestartet hat das Fisch-Festival deshalb mit dem Medienkompetenzpreis. Den ersten Platz in der Kategorie Nachgehakt haben 35 Schüler und Studenten belegt, die zum Teil aus der Ukraine geflohen sind. Mit ihrem Imagefilm Ich bin Mensch. In diesem Jahr gab es eine sehr hohe Resonanz bei den Filmeinreichungen für das Festival. Insgesamt mehr als 700 von Filmschaffenden unter 27 Jahren. Das ist eine gute Nachricht zum Jubiläum. Das Besondere ist, dass wir 20. Jubiläum feiern. Also das Festival tatsächlich ist jetzt schon 20 Jahre geschafft hat. Und wir haben ein tolles Programm, wir haben auch ein bisschen was Besonderes uns anlässlich des Jubiläums überlegt. Es gab eine Ausstellung im Rathaus, wir haben ein Best-of der Fisch-Filme aus den letzten 20 Jahren. Und ja, wir freuen uns, dass es losgeht. Dabei sind auch Musikvideos für den Pop-Fisch-Preis. Außerdem gibt es den deutschlandweiten Wettbewerb Junger Film. Der Hauptpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Und seit 2020 gibt es den Offshorts Young Baltic Cinema Wettbewerb. Hierbei handelt es sich um Filme aus dem nordeuropäischen Raum. Die Themen dabei sind vielfältig, wie zum Beispiel Freundschaft, Sexualität und Lebensorientierung. Spannende Workshops runden das Festivalprogramm ab.